Erscheinung und Botschaft der Mutter Gottes am 14. Januar 2024, fest zum 153. Jubiläum der Erscheinungen von Pontmain. Betet jeden Tag meinen Rosenkranz, denn nur dadurch erlangt ihr die Gnade der wahren Reue und Busse in euren Herzen. Jackerei, Januar 14, 2024 Feier des 153. Jubiläums der Erscheinungen von Pontmain. Botschaft der Königin und Botschafterin des Friedens. Mitgeteilt an den Seher Marcos Tadeu Terscheira. Bei den Erscheinungen in Jackerei SP Brasilien. Maria Heiligste, ich bin die Frau der Hoffnung, ich bin in Pontmain erschienen, um zu sagen, dass ich der Erlöser der Menschheit bin, diejenige, die zusammen mit dem Erlöser gelitten und ihr Leben für die Rettung aller geopfert hat. Ich bin die Mutter des Erlösers, ich bin die Mutter des obersten Richters, und ich kann ihn mit meinen mächtigen Bitten beeinflussen und ihn zum Mitleid bewegen. Ich bin in Pontmain erschienen, um dies meinen Kindern zu sagen und sie zu einem Gebet mit mir aufzurufen, das Vergebung und Barmherzigkeit von meinem Sohn Jesus erlangen kann. Genau wie der Krieg zur Zeit meiner Erscheinung in Pontmain und die Kriege von heute, sind sie alle die Frucht der Sünde der Menschen. Solange es einen Menschen gibt, der auf der Erde sündigt, wird die Sünde Kriege und Unglück bringen und alles Gute zerstören. Bekehrt euch also und ändert euer Leben, denn Gott erhört nicht das Gebet des Sünders, der sich nicht bekehrt. Betet jeden Tag meinen Rosenkranz, denn nur dadurch werdet ihr die Gnade wahrer Reue und Zerknirschung in euren Herzen erlangen und den Wunsch verspüren, himmlische Dinge zu lieben und Sünde und weltliche Dinge zu verabscheuen. Ich möchte, dass ihr den Film von meiner Erscheinung in Pontmain an vier meiner Kinder weitergebt, die ihn noch nicht haben. Mein kleiner Sohn Markus, heute und am 17. Januar, dem Jahrestag meiner Erscheinung in Pontmain, werde ich dich mit vielen Gnaden überschütten. Dank dir wissen meine Kinder jetzt von meiner Erscheinung in Pontmain und spüren, wie in ihren Herzen durch mich, durch die Kraft des Gebets, die Hoffnung geboren wird, dass sich noch alles ändern kann. Dank dir wissen meine Kinder von meiner wunderbaren Erscheinung und können daraus die heilsamen und wohltönten Früchte für ihre Seelen ziehen. Ja, dank dir ist meine Erscheinung in Pontmain bekannt und beliebt, und je mehr sie bekannt wird, desto schneller wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Mit dem Film, den du von meiner Erscheinung in Pontmain gedreht hast, hast du den Triumph meines unbefleckten Herzens stark beschleunigt und auch viele Seelen aus den Klauen des Teufels gerissen. Deshalb werde ich am 17. Januar um 18 Uhr, zur gleichen Zeit wie meine Erscheinung in Pontmain, vom Himmel herabsteigen, um 100.000 Segnungen über dich auszugießen. Auf diese Weise werde ich alle großen Schätze meines unbefleckten Herzens auf deine Seele ausgießen, die ich mehr liebe als die ganze Welt. In dieser Woche hast du mit den Leiden, die du dargebracht hast, den Opfern deines Kopfschmerzes, 122.000 Seelen gerettet. Freu dich, mein Kind, denn diese Seelen werden dir im Himmel begegnen und dich eines Tages glücklich umarmen und die Zeit preisen, in der du gelitten und deine Schmerzen und Leiden so wohltätig für sie geopfert hast. Ja, während alle anderen nur nach Vergnügen und der Erfüllung ihrer egoistischen, persönlichen Wünsche suchen, hast du die Krankheit, um die ich dich gebeten habe, aus freien Stücken für die Rettung der Seelen geopfert. Immer Liebe, immer Markus Es gibt niemanden, der so großzügig und barmherzig ist wie du. Deshalb zieht dich mein unbeflecktes Herz der ganzen Welt vor und schüttet Gnaden aus und ist in der Lage, verrückte Dinge aus Liebe für dich zu tun. Diejenigen, die dich leiden lassen, werden nicht gerettet werden, denn was dem Gerechten angetan wird, wird auch Gott und mir angetan. Ich segne dich und alle, die hier sind, aus Pontmain, aus Lourdes und aus Jackerei. Heute segnen mein Mann Josef und ich all diese heiligen Objekte. Wie ich bereits sagte, werden wir dort, wo sie hingehen, lebendig sein und die großen Gnaden des Herrn tragen. Mein Sohn, zeige allen meinen Kindern immer wieder das Wunder der Kerzenflamme Stern, die deine Hand nicht verbrannt hat, denn dadurch habe ich der ganzen Welt das Wunder der mit der Sonne bekleideten Frau gezeigt, die mit Macht hierher kam, um zu vollenden, was sie in La Salette, Lourdes und Pontmain begonnen hat. Und hier, in diesem großen Wunder, bringe ich hartnäckige Herzen zum Schweigen und bringe alle meine Kinder zum Glauben. In diesem Wunder hat sich erfüllt, was ich in meinem Magnifikat gesagt habe, er hat die Mächtigen von ihren Thronen gestürzt und die, die nichts hatten, mit leeren Händen erfüllt. Zeige meinen Kindern auch dein Kopfschmerzopfer, das dich sogar bluten lässt, damit sie verstehen, was ihre Sünden mir, meinem Sohn Jesus und dir antun, und sich wirklich entschließen, ihr Leben zu ändern. Die Morgendämmerung kommt, mein Sohn Jesus kommt.